Hallo liebe Freunde aus YouTube, ich grüße euch alle ganz herzlich, mein Name ist Daniel. Mittag heute wieder Ghost, Ricken, Breakpoint spielen, viel Spaß bei zu schauen. Lager abbrechen und ich suche mir eine Uhrzeit hier, am besten am Morgen früh. Mag auch besser, wenn mehr Licht ins Spiel ist, als Nacht. So, einmal los starten, etwas hier essen. So, jetzt möchte ich hier zu dem grünen Punkt fahren, da, dem Gebiet. Und das ist, ach so, da ist. Was ist hier? Schützerland, Weingut. Und da möchte ich hier, äh, müsste ich da fahren. Vorräte finden. Abgesagtes Projekt Vorräte finden. Einsatzgebiet nordöstlich von Rontop. Vorräte lokalisiert. Sutterland, Weingut. Sentinel will Drohnen mit ihrem modifizierten Virus auszurüsten. Stoppen sie die Produktion und vernichten sie die Forschungsergebnisse, bevor sie unaufhaltbar verwenden. Es wurde extrem wichtiges Forschungsmaterial ausfindig gemacht, das zerstört werden muss. So, ich möchte da also, Porete finden. In diesem Einsatzgebiet. Einmal zu dem Kubschrauber, zu dem hier. Das ist mein neuer Kubschrauber, ich fahre jetzt zum ersten Mal. Ich habe jetzt alle Kubschrauber, ich glaube sechs Kubschrauber habe ich bis jetzt, alle hat jeder Geld gekostet. Ich bin viel zu teuer und es wird so schnell kaputt. Eine Scharfschütze kann, äh, dein Kubschrauber zerstörern, sogar eine Drohne auf dieser Maschinengewehr. Und, ja, hast du keine Chance. So, ich befinde mich hier. Dann nicht miche, in der Richtung fahren. Ich glaube, es kommt ein Konvoi, da schnell, schnell, schnell. So, ich bin hier bei diesem Gebiet, alles platt. Einmal weg von hier, da sind jede Menge Soldaten da. Muss auch nicht sein. und dann, das ist aber, es könnte auch nicht nimmiguję. So, ich meine, schau das noch nicht nennen. So, ich bin hier bei mir, ich will be제로 Бärchen. Und past recht Apple,ust Messenger,skorde� Leon ihr ein, die những Biden-duckk сыren geht. Und hintenотивيل wurde noch nichts ge transientiert. Da sind die Soldaten da. Ich bin gerade hier. Hilfe. Hier haben sie einen Stauber, ich weiß nicht mehr. So, ich bin da im Papen. Da sind die immer noch da. Muss ein Fahrzeug da sein. Direkt von mir. In der Richtung brauchen ein Fahrzeug. Nur ich weiß nicht welche von allen Fahrzeugen. Was? Ich habe mich auch gefunden. Aber ich möchte nicht so weit. Ich habe einen anderen Plan gehabt. Für den grönen Punkt. Aber kann man etwas sehen? So, jetzt schnell raus. Eine Belohnung holen. Vorher kommt der andere. Ah, der Wichser ist hier. Ich ging kein Arsch noch, du Arschgesicht. Was? Oh, es ist ein Schiff auf der Reddite. ist noch keine wichser da zwei blumen gezielt die läuft so schnell es kann lustig diese stimme mag ich gerne da kommt das ist weiter die schweine um allesamt sucht nach zielen ich wusste das ist ja nicht aber ich wollte mal feste da bist du ja du wichser das läuft in falsche richtung hier 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 spiel die musik hier bin ich in deiner richtung wir haben zu viele verloren wir müssen etwas tun ich wollte ihn von der rückenseite aber ich war zu schnell ein bisschen ich habe gedacht dieser effekt kommt man drückt da es macht spaß auch allein auf single player zu spielen ich finde auch witzig ich nehme alles auf 4k und braucht gekauft viel ruhe ich bin tot Oho, schnell weg, ohne. Da bist du ja, du Wichser. Oho, wo bist du? Da bist du ja. Jetzt bist du tot. Habe wieder eine Waffe bekommen. Kann dann wieder alle Waffe zerlegen, verkaufen, Geld sammeln. Oho, diese Waffe, die Maschine kann ich einmal pecken. Oho, das war's. Ich ziehe nicht mehr zu. Da stehen mehrere Fahrzeuge da, kann ich mir schnappen. Das steht auf meiner Rückseite da. Und dann da. Jetzt zwei Fahrzeuge. Ist das? Der Weg. Ja. Wenn wir dein Fahrzeug mit dir blauen, weg. Aber ich meine, weg. Nein. Ich habe hier erste Munition, aber ich weiss nicht wo. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich lasse dich die ganze Zeit. Ich habe dir nichts getan. Egal. Ich habe Waffe. Ich habe genug. Ich habe nichts zu tun. Einsteigen, Soldat. Einsteigen. Ich möchte kein Deutsch. Ich möchte nicht mehr fahren. Wir fahren nicht mehr. Wir müssen mal hier. Ich glaube, es steht immer noch da. Aber ich glaube, hier in die falsche Richtung. Da muss ich fahren. Da muss ich fahren. Die zwei Arscher bestellt euch. Das ist ein Angriff. Mit dem Feinde. Habt nichts gesagt. überschnen Sie jetzt. So. Raus mit euch. Wegser. Wolltest du mich umbringen, ne? Ist wie du am Eiher. Auf dem Sack bist du jetzt. Hier ist schon. Ich nehme hier eine Scharfschütze. Und brauche ich hier. Ja. Oh, die hat etwas gespürt. So schnell, ne? So sensibel. So, da ist jemand da. Alles klar. Da bist du jetzt. So. Hier ist ja Protein hier. Dann zwei Stück. Dann. Was ist los? Was bin ich hier denn da? Habe ich ihn getötet? Habe ich hier tierische Protein, Kolumbusflachs. Wilde Lupine. Und jeder hat mir gesagt. An alle Stationen, hier Zentrale. Wir kommen durch Versuch. Auf regelmäßige Unterstützung. Bitte mit dem Zeichen melden. Halt den Finger, steht in der Abzug. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Er ist tot. バatere Töne. Bist du in der Abzug! Ist das besser? Bist du? Sie müssen wegschrauben. Bist du? Überschrauben. Für mich. Ich bin wegschrauben. Ist das besser, Sie müssen wegschrauben. Jede Menge Blumen hier. Wilde Lupine oder wie die heißt. Hier liegt ein paar Leiche hier. So, ich fahr jetzt zu meinen Hubschrauben und dann fahr ich los. So, ich fahr jetzt zu meiner Mission dann. Furete Fiene. Einsatzgebiet nordöstlich von Rontob. Furete lokalisiert. Schütterland, Weingut. Mit Morrison sprechen. So, dann fahr ich da. Einmal einsteigen, los. Siehst du, ich wollte gerade da, ich wollte von Anfang da fahren. Dann diese Pallone und dann halt andere Leute weg. So, passiert immer. Ja, in diesem Spiel bist du im Kampf mit allen. Allein gegen alle. So etwas wie in Days Gone. Du kämpfst gegen die ganze Zombie. Und hier, du kämpfst gegen alle Soldaten, gegen Drohnen, gegen Maschinengewehr und alles. So, hier. Drei Leute. Fahr increasing langsam, was war das? Wir sind, aber sollten wegziert. Deswegen stehen nur eine ganze Zahl auf dem Kopf. Entsch星 point benutzen nur eine ganze Zahl auf dem Kopf. Scharfschütze auf dem Dach. Ich muss jetzt die Scharfschütze platzen. Sie können mich ärgern. Die Kopfläuten bewegen. Es geht viel schneller hier mit dem Schrauben. Zerstören. Dann kann man auch ganz leicht alle schiessen. Warum nicht? Ich habe jeder Menge Kopfschrauben. Und hier will ich nicht rauskürzen. Und in dem Gebäude muss ich verpassen. Nicht, dass ich zerstöre auf dem Grunde oder die Tür gehen. Und dann ist so ein Kölke schrauben. Dann muss ich dann noch einmal wieder durch. Am besten in den Richtungen. Das schieße ich nicht. Dann muss ich dann landen. Und dann steige ich auf dem Schrauben. Dann mache ich alle platt. Mich auch nicht mehr zu sehen. Zivilist. Bei dem Zivilisten habe ich ein paar Mal immer so aus dem Schrauber getötet. Und dann kam dreimal diese Meldung. Und Mission. Oh, wieder. Mission. Oh, wieder. Mission geschlagen. Aber am besten nicht steige jetzt runter. Ich suche mir jetzt einen Platz. Und dann lande. Am besser ist. Bevor meine Mission am Arsch ist. Einmal runter. Weg von da. Ich schaue jetzt wo sie sind. Und da sind mehrere in diesem Bereich. Hier in diesem Gebiet. Hier in diesem Gebiet. Einer steht da. Jede Menge Trauben hier. Da steht ein Wichser da. Dann bist du ja. Hoffentlich gesehen. Die Kuh legt mir. Schärmisch. Oh Mann. Hier. Du. Der Fein. Da drin. Ja. Man hat ja gezogen. Der Fein hat ein Konzept. Nichts, das sind aufzuh computing- Das ist eine Menge zu tun. Ja. Das ist eine Menge zu tun. Ich bin lieber. mal die kiste öffnen eine Waffe habe ich auch eine kiste da wieder eine Waffe wieder bestimmte Position und App-Bonus und Shell-Kredit hier sollte bald ein upgrade sein am Ende dieser Monat februar nee Januar 2020 ich warte schon ich bin kein Profi ich bin immer noch Anfänger auch wenn ich 200 Level bin und über 200 Stunden gespielt habe ich bin immer noch Anfänger ganz ruhig okay was habe ich gesehen in den richtungen da ich finde auch geil du findest munition überall schießt auch jemand und bekommst auch umsonst munition wieder eine waffe es ist hier soll ich zerstören oder was ein satz abgeschlossen erschöpft uns mal material zerstört und man schauen wir etwas gibt es noch hier zu sammeln so da oben oben gibt es auch hier der mege sachen zu sammeln so gibt es noch etwas zu sammeln oben gibt es nicht hier bei dieser anlage gibt es nicht mit zusammen mit zusammen hier ist alles sauber sauber, 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 sauber alles sauber sauber so fertig, mal schauen wir auf den karten, da zeigt ihr auch mal ich habe alles aufgeräumt so sieht es aus von oben ganz gut aus ja 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 ganz gut sieht aus ich habe auch vor ein paar tage gekauft diese alterung und auch das mikrofon hier von rode hat 150 euro gekostet halterung 75 bei amazon habe ich auch gestern bekommen ich bin immer noch an um einstellungen und so weiter gestern habe ich gespielt und habe etwas aufgenommen ohne sound keine ahnung was habe ich falsch eingestellt aber ich habe vergessen neue start im computer nach der installation zu machen und dann habe ich aufgenommen ohne ton und dann habe ich noch einmal heute alles kontrolliert hier funktioniert super ich glaube sie können mich auch ganz gut hören ich bekomme bald eine andere kamera hier eine 4k kamera habe ich schon bestellt ist unterwegs das ist unterwegs und dann habe ich noch mal die 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 steht da unten wird gerade hier karte aktualisiert standort von shell technology der rechnung wieder einer qualisierung zeigte genau wo die fenomenen aku ist leer und aku ist leer drei strömmel weiter geht's was ist hier los um ich besuch so schnell ist geladen hat sekunden sagt fertig man weg von hier wird treppen nach unten und dann ich war in meiner richtung zu dem kubschrauber und diese mission ist fertig bin dann durch hier in dieser mission alles erledigt mein neuer kubschrauber hier fantastisch richtig richtig geil die geile kubschrauber ich stehe auf kubschrauber habe ich schon alle alle von dieser sorte habe ich alle 50 stück oder sowas menge geld, menge waffen habe ich immer verkauft, zerlegt so jetzt muss ich weg von hier nun mal pares mal da oben dann mache ich meine kubschrauber lande ein bisschen hier oh oh oh, ich sollte ganz anderes machen da gibt es da jede Menge gehäuse, wohnanlage wieder eine nachtalisation, standard von sheltering unlogging da ist etwas los hier, dann paar leute dyselung, die sich gut jetzt nach unten machen Diese Leute sind da. Diese Leute sind da in dem Gewicht. Wer da? Moment, wo war das? Wer da? Mal vor mir. So in der Richtung. Ja, paar Herzen noch da. Ich suche nach Ergadies. Mal kommen die Autos hier. Mal fahre ich da in der Richtung. Da sind jede Menge Leute da. Scharfschütze steht oben. Mal fahre ich da. Mal fahre ich da. Mal fahre ich da. Mal fahre Zeit, bist du? Silber quarter Verstärkung ist unterwegs. Die paar Soldaten sind neugierig und alles gut und bemerkt, jetzt kommt noch ein Wagen von oben, lasse ich kommen. Eine Drohne noch. Diese Drohne alarmiert alle. So, da sind die... zwei Drohnen für. Wir können mal schon landen hier. Passt mal, wir können hier. Ich weiß nicht, wer schießt. Sie schießt auf mich. Ah, da ist es ein Witzer. Ja, sie wirklich stoppt mich. Sie schießt auf mich. Ah, da ist es ein Witzer. Muss ich aufpassen. Ich lande hier. Warte, da kommen noch zwei Autos. Jetzt kommen noch zwei Autos. Das war die Nummer eins. Nummer zwei kommt auch. Das war die Nummer drei. Das war die Nummer drei. Das war die Nummer drei. Nummer drei. Nummer drei. Das hat den Weg bereichert. ...ogy laneicidescofl Parcel ... ich habe hier jeder menge fahrzeuge zerstört jetzt einmal schon alles sammeln was gibt es hier zum sammeln alles verschrottet hier alles verbrannt da gibt es nichts in der richtung keine ahnung ich schicke meine drohnen was da zusammen ist klar ich fahre hier das liegt hier jede menge leiche alle sind tot hier so eine ist das auf andere seite ich zerstöre dich auch gleich ich meinte dich mein freund ich zerstöre dich auch jetzt computer hier jeder menge computer ich spreche von hier runter ich habe mich nicht verletzt ich habe da oben ist eine kiste und die leiter nach oben soldat soldat habe 500 kredit bekommen und die leiter wieder und nach unten hat du bist gut braves soldat braves ich habe auch viel zu tun ich habe die ganze zeit zu tun bin viel beschäftigt sagt los nicht schon wieder das gehe ich auf den nerven jetzt bin ich bei dem schütze da runter mit dir soldat wenn du da einsteig wer fliegt dann du sollst fliegen jetzt geht es los hier meine damen und herren liebe gemeinde muss aufpassen ich stöße mich hier immer mit dem schrauber durch die bäume da ist ganz eng dann ich weiß nicht was ist da ich bin neugierig lande hier so schnell dann was gibt es da jetzt lohnt sich da überhaupt aber ist eine kiste ja oben aber kann ich eigentlich mit dem schrauber da lande so schnell wenn platz ist wenn platz ist da ist kein platz ist kein platz zum landen ist viel zu eng oder ist denn ich lande hier wo wo Oh 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 Die Rechte von da Mann wie viele Schuhe das haben wir da Die Rechte immer noch Ich habe nach Ärger gesucht, das habe ich. Ich mache immer solche Scheißfehler und dann bin ich so schnell tot. Aber ich brauche eine andere Waffe. Warte, warte, warte. Das ist eine gute Waffe, aber ich nutze diese Waffe am meisten für Drohnen. Das ist schon eine gute Waffe. Mit dem Schabschütze hast du... Naja, nicht so viel Chance. Jetzt muss ich auf die Treppe nach oben. So, einmal die Treppe nach oben und die Leiter hoch mit dir. Soldat, nach oben. Einmal die Kiste öffnen. Ah, ich bin gespannt, was gibt es hier? Handschuhe. Jetzt weiß ich, wo meine teure Handschuhe waren. Ich habe meine, ich habe Handschuhe gesucht, gesucht bei Amazon, bei Ebay. Und jetzt weiß ich, wo die liegt hier. Wo meine Handschuhe liegen. Vielen Dank. So, aussteigen, aussteigen. So, da gibt es nichts. Weg. Und jetzt pass auf, zerstör nicht mein teurer Hubschrauber jetzt. Hier durch die Bäume. Dann hast du schon Glück gehabt. Jetzt habe ich Glück. Schön gerade. Nicht nach links, nicht nach rechts. Schön gerade nach oben. Und jetzt fahre ich zu den grünen Punkten. Keine Diskussion, ne? Und da läuft es. Und da läuft es. Und da muss ja auch etwas sein. Freddy, 2.500, hei, hei, hei. Jetzt habe ich Freddy. Jetzt kommt ein Kutschloch. Da sind auch zwei Autos. So, ich möchte jetzt in der Richtung, da gibt es wieder eine Waffe. Okay, hier, da fährt ein Kutschloch. Nell, alles klappt. Bleib still, verdammt. Und die Mischung ist nicht auch hier rum, da regt man kaum Platz. So. Und die Mischung ist nicht auch hier rum. Da sind auch drei Personen. Schnell aussteigen jetzt. Oh, jetzt ist mir gleich zerstört mein Kutschloch. Ne. Was war denn da los? Was war denn da los? Ich verstehe nicht. Ich stand nicht unter diesem roten Punkt. Da stand nur mein Hubschrauber. Normalerweise, jetzt musste mein Hubschrauber zerstört sein. Habe ich etwas falsch gemacht? Keine Ahnung, ich verstehe nicht. Jetzt aber, normalerweise, ich musste jetzt im Leben sein. Jetzt bin ich am Arsch. Oh ne, du. Hören wir eine Pause jetzt. Ja.